Wir freuen uns, dass ihr heute wieder auf unserem YouTube-Kanal dabei seid. Wir kriegen sehr, sehr oft die Fragen, ab welchem Level sich denn ein Fitting für einen Anfänger lohnt und möchten heute mit euch mal zusammen erörtern, auf was man denn überhaupt beim Equipment-Kauf oder bei seinem ersten Equipment-Kauf achten muss. Der Golfschlägermarkt erscheint als Anfänger extrem unübersichtlich. Es gibt wahnsinnig viele Kopfschläger-Hersteller, es gibt viele Schaft-Hersteller, es gibt viele Griff-Hersteller und das alles kann ich auch noch in ganz vielen verschiedenen Varianten miteinander kombinieren. Aber was sind denn nun die wichtigsten Parameter? Fangen wir mal oben beim Griff an. Ihr solltet auch als Anfänger die richtige Griffdicke spielen. Auch solltet ihr euch mit dem Griffmaterial wohlfühlen, also eine Oberfläche wählen, bei der ihr einfach einen guten Halt hat und wo euch die Haptik gefällt. Als zweites kommt der Schaft. Die Schaftlänge spielt eine Riesenrolle, sodass ihr nicht in einer falschen Setup-Position steht und womöglich Probleme im unteren Rückenbereich bekommen könnt. Die Schaftstabilität spielt eine Rolle für die Kontrolle, die ihr nachher generieren könnt. Und der letzte Punkt wäre das Schaftgewicht, auch gerade bei Damen oder bei Spielern mit einer langsameren Geschwindigkeit oder weniger Muskulatur, sodass im Prinzip die Vibrationen nicht zu stark auf die Ellenbogen oder auf die Handgelenke gehen. Das letzte Thema und auch das vielfältigste ist der Schlägerkopf. Hier kommt es auf die Sohlenbreite des Kopfs an, auf den Neigungswinkel, also auf den Loftwinkel des Schlägerkopfes, der nachher dafür sorgt, wie einfach geht der Ball in die Luft und wie hoch kann der Ball fliegen. Und der letzte Punkt ist die Setzusammenstellung. Bei der Setzusammenstellung geht es um die ideale Kombination eures Golfbags. Theoretisch dürft ihr bis zu 14 Schläger in eurem Bag auf der Runde mitnehmen. Wir gehen jetzt mal zusammen exemplarisch diese 14 Schläger durch und überlegen, welche von diesen 14 Schlägern wirklich am Anfang relevant sein können. Beim Putter kommt es vor allem darauf an, dass ihr am Anfang euch eine Kopfformen aussucht, die euch von der Optik her zusagt, die im Idealfall ein bisschen größer ist, eine klare Ziellinie hat. Der Putter wird auf dem Grün eingesetzt, um den Ball letztendlich ins Loch zu bekommen. Als nächste Kategorie kommen die Wedges. Die Wedges können ein Lobwedge sein, ein Sandwedge sein und ein Gapwedge sein. Oder es stehen die Gradzahlen drauf, dann reden wir von 60 Grad, typischerweise beim Lobwedge, 56 Grad beim Sandwedge und um die 50 Grad beim Gapwedge. Diese Schläger werden benutzt, um ums Grün rum die verschiedenen Schlagoptionen realisieren zu können. Dabei geht es um Booker-Schläge, um hohe Pitches und um flache Chip-Schläge. Als dritte Kategorie kommen die Eisen. Denn typischerweise beginnen diese beim Pitching Wedge, welches für hohe Schläge geeignet ist und damit die geringste Weite produziert und endet im Maximum beim Eisen 3 oder 2, welches einen ganz geringen Neigungswinkel hat, sehr schwierig zum Spielen ist und eine sehr flache Flugbahn bekommt. Die vierte Kategorie wären die Hybrids. Die Hybrids ersetzen lange Eisen und können nummeriert sein von 6 bis runter zu 2. Es wird auch meistens eine Gradzahl vermerkt, fängt an bei 28 Grad und würde aufhören bei 17 Grad. Diese Schläger sind super, um auf dem Fairway Länge produzieren zu können, als auch aus schlechten Lagen den Ball einfach in die Luft zu befördern. Als fünfte Kategorie haben wir die Fairway-Hölzer. Die Fairway-Hölzer beginnen in der Regel beim Fairway-Holz 7. Das nächste typische wäre die 5 und das unterste Fairway-Holz 3. Diese werden teilweise auch noch vom Fairway benutzt, um wirklich lange Schläge produzieren zu können, die sogenannten Transportschläge oder aber auch gerade am Anfang im Fairway-Holz 3 oder 5, um von der T-Box leicht in die Luft zu kommen und vielleicht noch nicht gleich mit dem Driver zu starten. So, der Driver, die letzte Kategorie, wird in der Regel nur von der T-Box benutzt. Das heißt, ich muss den Ball auftiehen. Ich kann damit die größtmöglichste Weite produzieren. Ich habe auch hier eine Gradzahl vermerkt. Diese kann typischerweise von 8 bis 12 oder 13 Grad reichen. Wobei man dazu sagen muss, dass die meisten Driver mittlerweile auch durch ein verstellbares Hosel justierbar sind vom Winkel. Bei einem Anfänger-Fitting oder einer professionellen Beratung geht es nun darum, welche von diesen 14 Schlägern packe ich mir am Anfang ins Berg rein. Natürlich gibt es hier viele verschiedene Optionen. Wir möchten euch mal eine exemplarisch zeigen. Ich packe mal alle Schläger, die ich benötige, eine Station nach hinten. Um den Putter komme ich wahrscheinlich nicht drum herum. Das heißt, den Putter muss ich am Anfang ins Berg packen. Den Lob-Wedge kann ich mir wahrscheinlich sparen. Das kann ich irgendwann später ergänzen. Ich Sand-Wedge nehme ich aber mit ins Berg rein, weil einen Wedge brauche ich, mit dem ich diese hohen, kurzen Schläge produzieren kann. Das Gap-Wedge lasse ich wieder aus. Fange an beim Pitching-Wedge aus dem Eisenset. Die neuen lasse ich als Lücke, da ich am Anfang die Bälle oft nicht ganz so konstant treffe, sodass ich jedes Eisen benötige. Das kann ich später dann mit steigender Trefferqualität ergänzen. Als nächstes kommt das Eisen 8 ins Berg. Dann lasse ich die 7 wieder aus. Ich packe die 6 ins Berg. Die 5 lasse ich weg, weil auch ein Eisen 5 am Anfang teilweise sehr schwierig zum Spielen ist, aufgrund des geringen Neigungswinkels. Dann packe ich mir ein Hybrid ins Berg, mit dem man auch am Anfang schon tolle Weiten erzielen kann vom Färbel, was einfach Spaß macht. Und beide Färbehölzer lasse ich raus, weil sich der Spieler, den wir jetzt hier exemplarisch mal zeigen, für einen Driver entschieden hat, weil er auch einfach am meisten Spaß macht. Der Driver bewusst mit einer verstellbaren Variante, sodass wir am Anfang vielleicht auch 14 Grad hoch können, der Ball super einfach in die Luft geht, aber auch nach gewisser Zeit der Loft reduzierbar wäre auf 12 Grad, sodass der Spieler nicht seinen Driver wechseln muss. Jetzt haben wir hier in Summe 6 Schläger plus Putter, also 7 Schläger. Das heißt, wir haben diese 14 Schläger schon mal halbiert und damit natürlich auch den Kaufpreis reduziert. Das Wichtige ist jetzt aber, wir können diese 7 Schläger perfekt auf den Spieler anpassen und er hat den maximalen Support beim Start in seine Golfkarriere. Im Endeffekt gibt es drei Varianten, die ich am Anfang gehen kann. Diese Variante wäre, ich kaufe mir ein Halbset und gehe auf Qualität statt Quantität. Das heißt, ich achte darauf, dass diese Schläger auch wirklich zu mir passen und kann nach und nach dann im Jahr 2 oder im Jahr 3 fehlende Schläger ergänzen. Eine andere durchaus mögliche Variante ist, ich hole mir ein günstiges Gebrauchsset. Das heißt, ich schaue irgendwo online, was ist ein Schlägermodell, was vielleicht schon 2, 3, 4 Jahre auf dem Markt ist, hole mir dort ein Set, zahle wenige 100 Euro, das ist es nicht perfekt auf mich abgestimmt, aber das spiele ich dann die ersten 2, 3 Jahre und danach wechsle ich mein Set. Die dritte Variante wäre, jemand hat sich wirklich schon entschieden, Golf wird die große Leidenschaft sein. Er wird 3, 4, 5 Tage pro Woche auf dem Golfplatz verbringen. Dann ist es natürlich auch möglich zu sagen, ich fange nicht mit 7 Schlägern an, sondern ich erweitere vielleicht auf 10 Schläger, erhöhe auch nochmal die Qualität der einzelnen Schläger. Hier gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Ich muss mir am Anfang nicht den teuersten Golfschläger kaufen, ich muss mir aber auch nicht den günstigsten kaufen. Und je nachdem, welche Rolle Golf nachher in meiner Freizeitgestaltung spielt und mit welcher Leidenschaft ich da hingehe, lohnt es sich eben am Anfang, eher etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen oder zu sagen, ich schaue erst mal und schnuppere in die ganze Sache hinein. Wir wollen euch auf jeden Fall die Angst davor nehmen, ihr müsst in einem Fitting als Anfänger natürlich nicht jeden Golfball perfekt treffen. Es geht viel, viel mehr um einen Einblick in eure Bewegung, um zu sehen, wie viel Kraft könnt ihr auf diesen Golfball bringen und welches Ballgefühl bringt ihr mit. Und mit der Erfahrung unserer Fitter könnt ihr euch sicher sein, wir können das bestmöglichste Set für euch finden. Wir hoffen, ihr habt nun einen super Überblick bekommen über die verschiedenen Optionen, die ich als Anfänger habe, mir mein erstes Golfset zu kaufen und freuen uns, wenn ihr wieder einmal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeischaut. Lasst uns gerne einen Like da, abonniert unseren Kanal. Bis bald!